Hiho DigiDee und Doppelwurf, es ist bald, aber ich habe bald die 250er Abonnenten-Marke geknackt. PIKTAKULÄR! Jo, und das heißt, ich mache ein Special, das ich ja eigentlich schon bei der 200er Marke machen wollte, aber wie das so ist, ich hatte keine Zeit, dann waren schon wieder 210, 220 Abonnenten erreicht und ich hatte mir gedacht, ach komm, das lohnt sich doch jetzt sowieso nicht mehr. Außerdem ist doch 250 eine viel schönere Zahl als 200. Okay, und was mache ich? Hm, was würde denn noch fehlen? Ein FAQ würde noch fehlen. Aber das ist doch langweilig, das ist so Standard, das macht jeder. Deswegen, die Idee hatte ich auf dem Klo, machen wir einen FAQ. Das bedeutet, ihr schickt mir eure Antworten zum Beispiel in den Kommentaren per PN oder per Skype, aber auch, was weiß ich denn eigentlich? Und ich überlege mir dann für das Special die passenden Fragen dazu. Ein Beispiel. Wolf. Dann meine Frage dazu, was ist mein Lieblingstier? Hm? Ganz einfach. Also wer schon mal Jeopardy gesehen hat, weiß im Prinzip worum es geht. Was mache ich noch? Ich werde euch zeigen, wie dumm ich bei Quiz-Sendungen bin. Und Quizzen allgemein. Ich habe manchmal das Gefühl, ich habe mehr Glück als Verstand und das werde ich euch auch beweisen. Ich denke mal, das sollte lustig werden. Ähm. Also schickt mir einfach für das FQA eure Antworten. Ja, Antworten. Wer einfach aus Langeweile und voila wissen wollte, was passiert, bis zum Ende des Videos vorgespult hat, der möge einfach noch mal ein paar Sekunden zurückspulen. Vielen Dank. Immer diese Unterbrechung. Schlimm, ne? Also schickt mir eure Antworten, damit ich mir rechtzeitig Fragen überlegen kann. Möglichst viele Antworten, ja, damit ich ordentlich zu tun habe. Und ich würde sagen, man riecht sich dann beim nächsten Mal. Bye, bye. Ach, ist das Morgenzebzehn in Deutschland? Ach so, sag das doch. Was machst du denn hier? Bist du mir hinterhergelaufen? Du musst ganz schön bescheuert sein, wegen mir hierher zu kommen. Sylvester. Ja, ja, Sylvester. Scheitereidechse. Ich, ich...